Ich freue mich sehr, dass heute die neue Lutherbibel hier auf der Buchmesse vorgestellt worden ist. Wir haben sie in fünf Jahren bearbeitet und ich glaube, es lohnt sich sehr, sie zu kaufen. Insbesondere deswegen, weil man da wirklich Luther drin hat, aber eine wissenschaftlich korrekte und auf dem neuesten Stand befindliche Übersetzung. Und sie liest sich ganz ausgezeichnet. Jeder, der die Bibel kennt, wird mit großer Freude in diese Bibelübersetzung reinschauen.